Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut. Denn heute gibt es nach langer Zeit mal wieder etwas von Sundtjens bei mir. Eine Sorte, die ich noch nicht kenne. Und zwar haben wir die kleinen Flitzer diesmal am Start. Ja, auch cooles Design, wie ich finde. So kleine Rennwagen sind das aus Fruchtgummi. Die Unterseite ist dann aus einem Schaumzucker. Das Ganze ist noch glutenfrei für Leute, die auf so etwas achten müssen. Ja, also ich bin gespannt, wie sie gleich schmecken werden. Ich konnte leider nirgendwo herausfinden, welche Geschmacksrichtungen dabei sind. Ja, die müssen wir dann gleich selbst herausfinden. Na gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist schon bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, da sind sie schon. Und sind ziemlich groß sogar. Okay. Ja, schön. Ich bereite jetzt den Testteller vor und dann wird probiert. So, schon geht es weiter bei mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt ein paar von unseren kleinen Flitzern entnommen. Die liegen jetzt hier auf dem Testteller. Und ihr seht, es gibt drei verschiedene Sorten, beziehungsweise eigentlich sechs. Weil ihr seht, das sind hier so Mischsorten. Die jeweils zwei Geschmacksrichtungen dabei. Auf der Unterseite befindet sich dann unser Schaumzucker. Das Ganze ist ganz, ganz weich und riecht schon total fruchtig, bis hier hinter die Kamera. Also das macht schon mal Lust aufs Probieren, würde ich sagen. Gut, dann lasse ich jetzt mal rein. Ihr habt gesehen, die haben wirklich eine schöne Konsistenz. Sind ganz, ganz weich. Super zu kauen, die Dinger. Ja, jetzt kommen wir mal zum Geschmack. Also ich bin ganz, ganz ehrlich. Sie riechen besser, wie sie schmecken. Ja, sind nicht so geschmacksintensiv, wie ich mir das gewünscht hätte. Also man kann natürlich jetzt noch erkennen, dass es sich hier bei der Sorte 1 um Orange und Zitrone handelt. Aber wie gesagt, ich hätte sie mir ein bisschen geschmacksintensiver gewünscht. Naja, wenigstens sind sie nicht total süß. Also das gefällt mir schon mal. Sorte 1 war jetzt okay. Dann machen wir direkt mal mit der zweiten weiter. Auch hier, ihr seht wieder zwei Geschmacksrichtungen. Okay, ich probiere es. Ja, die zweite Sorte ist jetzt ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, der rote Teil schmeckt auf jeden Fall nach Erdbeere. Der hintere Teil könnte jetzt Grapefruit sein. Wie gesagt, auch hier jetzt nicht besonders geschmacksintensiv. Ja, und dann sind wir auch schon bei der letzten Sorte angekommen. Ich hoffe, dass jetzt hier Apfelgeschmack am Start ist. Schauen wir mal. Ja, die dritte Sorte ist jetzt leider am schwersten zu definieren. Ich vermute mal, dass der grüne Teil Apfel sein soll und der hintere Teil Limette. Aber wirklich rausschmecken tut man es nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Die Unterseite mit dem Schaumzucker ist eigentlich geschmacksneutral. Also die hätte man jetzt wirklich viel besser umsetzen können, finde ich. Sie sind jetzt nicht ekelhaft oder so, aber wie gesagt, vom Geschmack her hätte ich jetzt wirklich um einiges mehr erwartet. Da gibt es weitaus bessere Fruchtgummis. Sind jetzt okay, aber bei weitem kein Highlight. Gut, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten. Und dann gibt es meine Bewertung. Ja, was machen wir jetzt mit der Sorte hier? Ja, tut mir auch ein bisschen leid, aber mehr wie einen Daumen nach oben kann ich dafür jetzt leider nicht vergeben. Preislich auf jeden Fall super. Jede Menge drin. Für das Geld 2,99 Euro. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, finde ich. Aber wie gesagt, die Umsetzung vom Geschmack her hätte ich mir weitaus besser gewünscht. Schade. Falls ihr die Sorte kennt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, um was für Geschmacksrichtungen sich hier bei den letzten beiden gehandelt hat. Also wie gesagt, ich konnte es nicht wirklich erkennen und das ist ja schon kein gutes Zeichen. Na gut, ihr könnt sie natürlich trotzdem gerne mal nachkaufen und selbst probieren. Wie gesagt, schreibt mir dann gerne was dazu in die Kommentare. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Sagt euer Atzenberger.